herzlich willkommen zu einer neuen folge des helden previews von league of legends präsentiert von loisbot.de heute möchte ich dir den neuen helden darius die hand von noxus vorstellen darius selber wird ein nahkampf adela sein und ich würde sagen wir fangen mal mit dem passiven fähigkeit von darius an die passive fertigkeit ist blutung mit jeder attacke sei es auto attack oder fähigkeit fügt darius den gegner eine blutung hinzu und diese verursacht schaden über zeit bis zu fünf blutungen können auf den gegner aufgebaut werden darius erste attacke ist das dezimieren das ist eine attacke die einmal um 360 grad von darius gewirkt wird im äußeren kreis verursacht darius mehr schaden im inneren kreis verursacht dezimieren 50 prozent weniger schaden und daher sollte man probieren den äußeren ring zu treffen da wir das zweite attacke ist der vergriffene schlag die die nächste auto attacke von darius verursacht 140 prozent mehr schaden und verlangsamt den gegner um 25 prozent und für jede blutung die auf dem gegner drauf ist wird die cooldown vom verkrüppelnden schlag um eine sekunde zurückgesetzt der verkrüppelnde schlag resettet außerdem den autoschlag timer und darauf sollte man achten wenn man den maximalen schaden herausholen möchte darius dritte fähigkeit ist im übrigen ein passiv aktiv das heißt es hat einen passiven part und einen aktiven part der passive part ist dass darius rüstungs durchdringen erhöht wird und der aktive part ist dass er alle gegner vor ihm zu sich heran zieht darius ultimate ist die noxische geoloutine eine fähigkeit dessen schaden erhöht wird desto mehr blutungen auf den gegner drauf sind jede blutung verursacht 20 prozent mehr schaden bis zu einem maximalen schaden von 329 des weiteren sollte darius mit seinem ultimate einen gegner töten wird die cooldown des ultimates sofort gesettet und darius kann erneut mit diesem ultimate zuschlagen darius probleme am anfang sind relativ einfach er hat zwei hauptprobleme am anfang des spiels einmal die mana probleme die können durch ein stein der weisen etwas kompensiert werden dauerhaftes mana verbrauchen ist dennoch nicht so sinnvoll und das zweite problem von darius was man hier gerade ganz schön gesehen hat darius hat keinerlei escape möglichkeiten und auch sonst keine cc möglichkeiten außer sein heranziehen und ist daher auf schuhe angewiesen und fernkämpfer haben definitiv einen kleinen vorteil darauf sollte definitiv geachtet werden denn sonst ist darius leichte beute dem mangel an cc fähigkeiten macht darius aber durch puren schaden weg wie man hier ganz schön sieht seh wir kam nicht mehr weg und falls ihr euch wundert warum ich eigentlich ein bot battle mache das ist relativ einfach erklärt darius selber auf dem test server spielen zu können gegen menschliche spieler ist fast unmöglich und somit sah ich mich leider gezwungen ein bot battle zu fahren aber das erfüllt auch sein zweck ja hier wo wird seh wir zu entkommen schafft es aber auch weil ich kein ultimate ready habe bis stufe 6 ist darius ein ja relativ angenehmer gegner der zwar viel schaden macht aber das ist noch übersichtlich ab stufe 6 mit der noxischen geoloutine schafft es darius gegner mit lowlife umzubringen wie man das hier ganz schön gesehen hat tristana bietet noch weg zu kommen hatte ich es dann aber nicht überlegt dank den ultimate wie schon gesagt darius größte schwäche ist ganz klar zwei nahe fernkämpfer gegen sich zu haben wie man das hier sieht glück für mich dass shogat zurückkommt und seh wir tötet und auch tristana wird es nicht überleben das problem ist bloß leider ich hatte zu wenig leben und der turm war denn mein ende das interessante wirklich bei darius ist dass er kämpfe umdrehen kann dadurch dass die gegner lowlife haben wie man das hier bei meister haar sieht meister da bleibt überhaupt nicht lange am leben dank meines ultimates und ich kann nun ebenfalls noch relativ schnell runter ziehen um eben halt mein ultimate anzubringen was er gleich wieder ready war durch den vorigen kill und somit ist darius ein exzellenter killer und ja das war es auch schon wieder mit der ersten preview des neuen helden darius die hand von noxus ich hoffe es hat dir gefallen und schaut doch einfach mal bei lowspot.de vorbei bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal